Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das muss am Einatmen des Rauchs liegen. Es tötet meine Augen. Ach, weißt du, was ich dich noch fragen wollte? Wie sind wir da rausgekommen? Ich glaube, wir haben ein paar coole Tricks aus diesem Film Backdraft gemacht. Ich habe Backdraft aber nie gesehen. Ich auch nicht. Hat ihr Kutschi Kopien? Aha. Dann ist ihr Kutschi. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Kutschi. Oh, Mann. Lauf, Morty. Lauf! Hey, erlaubst du für uns! Dieser Ort ist klasse, weißt du? Er ist skurril und lustig. Ist was, du abgefuckter Hohenzoll. Verbleiben. Dieses Loch auszufüllen mit allen möglichen teuren Objekten und Gegenständen. Oh, Gott! Und es war ein wunderbares Gefühl, als dieses Loch ausgefüllt war. Oh, Gott! Ich bin selbst schuld. Jetzt muss ich auf die Knie gehen und alles schlucken, was die rechtsstaatlichen Organe mir verabreden. Das war auch unanständig. Ihn. Oh, mein Gott! Was hast du nur getan? Professor Espeg hat nichts dagegen. Das ist wie eine zusätzliche Hausaufgabe. Wissen die Kerle, wo du wohnst? Wissen die Kerle, wo du wohnst? Hey, sieh mal an, wer da ist! Professor! Tja, und er hat viele seltsame, erfunden, klingende Sprüche. Wabadabadabada! Rikki-tikki-tabi, bitch! Und das ist der Weg, wie es abgeht. Hau dich weg, Jack! Oh, oh, flip-flack-salto. Aids! Und deswegen sag ich immer, scham, scham, schlippidi-dub! Krass! Schmeckt schlecht, Mann! Kein Sprung in die Kloake! Burgerzeit! Gummibaby, Babywindel! Lutsch, lutsch, meine Eier! Haha, ja! Das sag ich dauernd!